3, 3, Kipping, Halt! Oh, Manuel wackelt wieder. Und da hat er ihn! Und da geht Schiedsrichter Ramelow dazwischen, bricht den Kampf ab. Aslan hängt wieder in Halt! Da waren schon... Sehr krass, sehr krass! Das ging das mal, der nächste Kampf unter dem Amt ist. Und ihr wächst jetzt wieder. Oh! Schwerer K.O! Mit dem rechten Schäferl zum Kopf! Kalt erwischt!